Uste es el famoso Kriminal amigo. Si, me llaman el Juanillo 23. Tu eres Juanillo 23, si te conozco. 23 cargos de violación. Mira, un corazón para una de mis 23 Maranitas. Die würden mich Johnny 600 nennen, wenn sie die Wahrheit wüssten. Tja, das würde aber nicht so hübsch klingen. Auf jeden Fall verachte ich Vergewaltiger. Für mich siedelt ihr irgendwo zwischen einer Kakerlake und dem weißen Zeug, das sich im Mundwinkel ansammelt, wenn man so richtig durstig ist. Aber in deinem Fall mache ich eine Ausnahme.